Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sagen die Sprüche im Kapitel 3, Vers 7. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Mein Paulus im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 4, für den heutigen Freitag, 12. Februar 2021. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Alles Gute.